Herzlich Willkommen in der Stadtbibliothek Chur. Sie können die PCs und das WLAN nutzen, Spiele vor Ort spielen oder Bücher und Zeitschriften lesen. Das alles ist gratis. Wenn Sie Bücher oder andere Medien mit nach Hause nehmen möchten, brauchen Sie ein Abo. Die Bibliothek ist für alle da. Haben Sie Fragen? Gehen Sie zur Infotheke. Wir helfen Ihnen gerne. Die Bibliothek ist für alle da.